Diamond Award, eine Auszeichnung auf dem Industriegipfel 4.0. Beschreiben Sie doch mal kurz das Projekt, mit dem Sie daran teilgenommen haben. Ja, Projekt ist im Endeffekt schon ein Produkt, was im Einsatz ist. Es geht eben um die Vernetzung und die Vernetzung hat drei Ausbaustufen. Das erste ist die Vernetzung der Maschine, das zweite ist das Umfeld der Maschine, das dritte ist natürlich das komplette Ökosystem. Und bei uns geht es darum, wie kriegen wir eigentlich das Ökosystem einer Maschine so vernetzt, dass ich in der Landwirtschaft den kompletten Produktionsprozess digital abbilden kann und das so automatisiert, dass ich ja nicht weiß, wer war wann, wo, wie lange, auf welchem Feld hat welche Kosten produziert oder welche Biomasse ist, über welche Waage, in welches Silo gelandet, die ich jetzt hier in der Biogasanlage verbrenne. Also kurz gesagt, Landwirtschaft 4.0. Genau. Was ist Ihre Motivation gewesen, wenn Sie schon ein Produkt auf dem Markt haben, wahrscheinlich erfolgreich auf dem Markt haben, sich nochmal um eine Auszeichnung zu bemühen, auf einem Industriegipfel? Ich finde es spannend, von verschiedenen Industriezweigen zu lernen. Und wir werden viel angefragt, auch in verschiedensten Unternehmen aufzureden und zu sagen, was machen wir eigentlich in der Landwirtschaft, denn dort ist die Produktion sehr viel komplexer als in einer Fabrikhalle, wo ich alles vorhersehen kann. Das können wir in der Landwirtschaft nicht, weil wir viele Rahmenbedingungen haben, die uns da die Karten legen. Und von daher lernen wir von anderen Industriezweigen, wie die das Thema angehen. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch so ein bisschen mitteilen, was machen wir und wie kann man voneinander vernetzt Themen angehen, sodass man Lernkurven nicht zweimal machen muss. Ganz vielen herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 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 Vielen Dank.